Herzlich Willkommen bei Jagdvergnügen. Heute wollen wir euch das Dreibein von Bokki vorstellen. Aber zunächst einmal das Intro. Also als erstes fällt mir auf, dass der ziemlich leicht ist. Diese Moosgummi-Griffe sind auch sehr angenehm für die Haptik, der rutscht mir nicht raus, fühlt sich nicht kalt an. Und dann, ich habe hier meine Verstellmöglichkeiten, dreifach. Da die beiden und dann hier habe ich noch eine Spitze dran. Also entweder kann ich das rausdrehen und der steht nachher auf dieser Kunststoffkappe. Oder ich drehe den halt komplett rein und habe hier dann die Metallspitze für weicheren Boden, damit es nicht wegrutscht. Diese Halterungen, die klipsen auch ziemlich gut ein. Da kann man wirklich nichts dran machen. Auch relativ Geräusch an. Das ist alles auf jeden Fall noch in Ordnung. Das geht auf jeden Fall auch bei den anderen beiden Füßen, also bei allen Reihen. Noch zu sagen ist der Aufsatz. Hier jetzt in der Ausführung zum Schießen. Einfach zum Reinklipsen. Und fertig. Sitzt auch stramm drin. Man kann den so auch noch drehen. Und man dreht den nicht raus, ist kein Gewinde drin. Das ist ganz praktisch, falls man mal nach links oder nach rechts schießen muss. Der geht wirklich ein bisschen schwergängig, aber das ist aber alles noch im Rahmen. Läuft sich wahrscheinlich noch leichter. Der Halter für den Gewehr ist aus Gummi. Also die Innenseite auf jeden Fall. Die Außenseite aus ABS-Kunststoff. Ja. Jetzt zeige ich euch nochmal so ein paar Anschlagmöglichkeiten mit diesem Ding. Also einmal ganz klassisch stehen. Man sollte das Ding am besten so platzieren, dass man am Ende des Vorderschaftes ist. Am besten die Hand hier drum zu. Und den Gurt noch so ein bisschen mit zwei Fingern in der Hand halten und den runterdrücken. Das gibt ein bisschen mehr Stabilität. Und so sind dann auch ziemlich weite Distanzen, ziemlich weite Schüsse mit diesen Dingern möglich. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch im Knien. Man kann den ja einstellen, wie man will. Da kann man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut mit ruhig halten und einen guten Schuss antragen. Also kommen wir zu meinem Fazit. Wer auf Versuche nach einem Dreiwein ist, der ist auf jeden Fall mit den Dreiweinen der Marke Bobgeal nicht schlecht beraten. Das tut alles, was ein Dreiwein machen soll. Lässt ihn verstellen. Man kann das Gewehr drauf ablegen. Es ist sehr leicht. Es ist nicht laut. Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich dann eher auf Piersch würde ich den vorher schon auseinanderklappen und dann mitführen. Weil das ja doch so ein bisschen umständlich ist mit den sechs Möglichkeiten. Aber ist ja kein Problem. Das kann man ja immer vorher machen. Noch zu sagen ist, klar, ein Dreibein ist besser wie ein Zweibein. Man muss sich selber nicht mehr stützen. Diese Schwanken ist weg. Man stützt sich auf den Dreibein. Dieses Modell ist zwar jetzt ein bisschen teuer, muss man selber wissen. Auf jeden Fall erfüllt er alles, was er soll. Das ist ein bisschen teuer.